hallo liebe community und zuschauer ich bin wieder euch immer die kunden mit der 357 folge von daxos 3 ja ich hab kein bock gegen die truhe mehr anzutreten ich versuche jetzt da oben irgendwie hinzukommen warum müsst ihr das da oben machen ihr mögt mich nicht ist es das habt ihr was gegen mich ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht das war noch knapper jetzt Ohohohohoh Das Ding ist jetzt Da ist er Oh Wer mal von Teufels spricht Alles klar Man hätte auch da hoch können Da oben sind auch noch einer Ich könnte Ja Gibt Gummi Alter Ja 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 Ah Da ist der eine Pisskerl noch Oh Willst du mich Hallo Leck mich langsam Richtig fett in die Fresse geschissen So Wo geht es jetzt lang Ach Nö Was habt ihr gegen mich Ja Alles klar Ihr könnt mich doch langsam mal echt am Puppets lecken Ja Ja Mann Ich krieg hier langsam die Krise Fick das Ding Mann Ich stelle das gleich offline dann könnt ihr mich mal am Arsch lecken Boah Einstellungen Einstellungen Nee ich hab keinen Bock darauf mir ständig von solchen scheiß Pennern Offline spielen Fertig Nee kein Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr mir ständig von solchen Killerkindern Die sich nur eins denken Ey geil Man kann anderen Spielern auf den Sack gehen Mir das Spiel hier zu regnieren das regt mich jetzt schon auf Ich hab mich da den Sack gehen Ja Ich hab mich da die weh auch Ich hab mich da Ich hab mich da Okay. Ja, ist klar. Ja. Du triffst immer, ne? Ich hasse es langsam. Immer diese scheiß Killerkenner. Ja. 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 1.000 ohne witz so gibt es einen dommel krikado nein ich kann nur die will also da muss da versuchen und ich muss alle ritter loswerden irgendwie okay das ist ja nein 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 drei vier schüsse und ich bin tot oder was das ist sowas von scheiße ich mache jetzt anders ihr könnt mich mal spielt mit euch selber das wort wörtlich so so ich war ein nur scheiß gegner ich brauche mach vollbild aber zackig liebe zuschauer aber mein programm verarscht mich hier schon wieder hallo ich liebe es nicht das spiel kann mir mal im buckel runterrutschen das wort wörtlich so 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 guten tag ich bin nicht von euch und juli ich will nichts von euch aber ihr wollt was von mir die ritter sind scheiße die gegner sind scheiße der monat sagt so ist die schwierigste spieler spielerei aller zeiten ist und wenn teil 1 das schwierigste teil ist und ich schon bei teil 3 schon fast ein herzinfarkt bekomme ich nicht wissen wie teil 1 ist ohne witz das ding ist man bekommt auch kaum waffen oder material für die verbesserung der waffen oder rüstung und ach immer auf du hast ihn angelegt wie da sind alles klar ich weiß wie lang und das im schneidurchlauf alles klar ich krieg das gehen am nächsten ich will die ritter hier ausschalten aber alles willst du ja ich war ich aus ach meine fresse platziert ich woanders hin und und lass mich einfach in ruhe ja das ich genau ich 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 stirb einfach stirb stirb einfach lasst mich in ruhe und stirb wie macht man das am besten der hat immer einen bogen bei sich hallo ok den einen da hoch holen hau einfach ab ok alter Ja! Fick diese Kamerobestaltung. Fick sie. So, dann sind sie da, mal da. Warte mal. Ja! 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 Somit habe ich Winx... Oh, Gottseidank. Kein... Blödes Rumgekletterer mehr. Ja! 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 Mal mit der Absicht. Auf, ich. Was ist denn das? Ja! 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 Warum? Müssen jetzt! Wieder so ein Kellerkind auftauchen! Nein, Fernseher, du schaltest dich jetzt nicht ab. Oh ja. Mann ey, ihr könnt doch mal. Ja, ja, alles klar. Ja, fick den. Ja, ey, darf ich mal aufstehen? Danke. Ja, nee. Komm her. Was willst du? Okay. Äh, was wird jetzt hier gespielt? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Hä? 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 Auf der Säule ein anderes Projekt Schaut da mal rein Und was Erik in den Schnabel hält ist mein Kanal Lasst mir was da Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit Ein Kanal den ich euch ganz herzlichen will Schaut da mal rein In dem Sinne Zockgut Ciao Bis zum nächsten Mal